Hallo, ich bin Heber Ferasleite, ein Golf-Amateur. Aktuell ist mein Handicap 20,5. Ich lade dich ein heute mit mir auf 9-Loch-Golf im Golfclub Schwächert. Ich werde dir jeden Schlag zeigen, den ich gemacht habe, die guten und auch die schlechten. Und so kannst du den Platz kennenlernen, wie er sich spielt für jemanden in meinem Handicap-Bereich. Wie gesagt, Handicap 20,5 aktuell. Bahn 1 ist ein Paar 4, 353 Meter lang. Die Schwierigkeit bei dieser Bahn oder Herausforderung ist, dass auf der rechten Seite Out-of-Bounce ist, also eine Out-Grenze. Deswegen zielt man eher ein Stück nach links. In diesem Fall ist es mir ein bisschen zu weit nach links gegangen, so dass ich nicht mehr am Fairway liege, aber eigentlich gut spielbar dabei. Ich entschuldige mich dafür, dass der Ball nicht in der Kamera ist. Eigentlich ist dieses Video so entstanden, als eine Huruk-Aktion. Ich war alleine am Platz, es war nicht viel los und ich habe mir gedacht, ich stelle mein Handy hinter mir immer auf meinem Golfberg. Das hat aber dann nicht immer so ganz richtig geklappt mit der Einstellung. Wie du siehst, der zweite Schlag war eher nicht so gut. Ich hatte noch 160 Meter zur Fahne, habe den aber eher getoppt. Er ist flach geflogen, aber bis zum Vorgrün gerollt. Von da habe ich einen langen Putt. Ich habe festgestellt, dass es ganz gut ist, wenn man sich selber filmt dabei, denn ich merke, dass ich ab und zu Fehler mache bei der Ausrichtung. Zum Beispiel, hier bin ich nicht so gescheit ausgerichtet. Ich habe ein wenig überschätzt, wie weit es tatsächlich ist, beziehungsweise wie viel es bremsen wird durch das Bergauf. Ich bin am Loch vorbei, Part zurück. Leider nicht gefallen, knapp vorbei, ist auch daneben. Aber ein Tap-In zum Bogey, das ist kein so großes Problem. Eigentlich ist auf diesem Loch ein Bogey ein durchaus respektables Ergebnis für jemanden in meiner Handicap-Klasse. Dieses Loch ist das am schwersten gerätete Loch am Platz. Persönlich finde ich aber die Band 2 noch schwieriger. Die ist eine Spur länger 402 und vor allem hat sie ein paar Schwierigkeiten, die wir gleich sehen werden. Das erste ist, dass man, ich bin hier am T ganz hinten, das heißt, man soll dieses T erst ab Handicap 15 verwenden. Aber ich glaube, das habe ich drauf, wie man gleich sehen wird. Aber die Schwierigkeit hier ist, dass man über diese Buschreihe drüber hinweg muss. Die ist ungefähr bei 120 Meter und man darf vor allem den Ball nicht nach rechts abreißen lassen, weil da geht die Buschreihe von einem weg und dann verliert man die Bälle gerne. In diesem Fall ist mir der Drive ganz gut eigentlich gelungen. Ich glaube, es waren 204 Meter und er ist weitergerollt sogar über die Ausbuchtung des Fairways, die es dort gibt, in ein leichtes Rough. Deswegen nehme ich hier mein Rescue. Ungefähr 170 Meter zum Green. 50 Meter vor dem Grün gibt es einen großen Bunker am Fairway. Das ist die Schwierigkeit hier, dass man nicht diesen Bunker trifft. Manchmal legt man einfach vor und ist erst mit dem Dritten am Grün und hier ärgere ich mich natürlich, weil der Schlag ganz schlecht war. Den habe ich nicht nur getoppt, sondern auch gepullt. Hat sogar eines dieser Buschblätter berührt auf der linken Seite und ist nach links weggegangen und habe jetzt 70 Meter Pitch zur Fahne. Hier ist die Fahne dort, wo der roter Pfeil ist und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Im Video sehe ich, ich habe mich einfach falsch ausgerichtet. Ich habe mich da maßlos geärgert, geglaubt, dass das ein total schlechter Schlag war und nach einem Video habe ich festgestellt, ich habe genau dorthin geschlagen, wohin ich ausgerichtet war und liege jetzt im grünen Bunker. Ziemlich schwieriger Bunkerschlag, weil der Ball hinauf muss. Aber ganz gut gelungen, so gut gelingen mir nicht alle Bunkerschläge. Ja, der Bunker gehört natürlich gerecht, damit er gut für den nächsten Spieler vorzufinden ist. Ja und dieser Part geht leicht bergab, Ball nur leicht antippen. Er rollt und rollt und geht aber nicht hinein und deshalb ist es ein Tapping zum Bogey. Entschuldigung, Doppelbogey ist das. Da war der Wunschvater des Gedanken. Jetzt lege ich plus drei nach zwei Löchern. Kein so gutes Ergebnis. So, kurzes Part 3. Das ist kürzer, als was es im Kamerawinkel aussieht. Die Fahne ist dort, wo der rote Pfeil war. Es spielt sich jetzt gerade 115 Meter von wo der Stie war und wo die Fahne war. Ich habe da einen leichten Achter-Eisen genommen. 115 Meter ist bei mir entweder ganz leichter Achter-Eisen oder hart geschwungener Neuner-Eisen und es war mir lieber leicht zu schwingen, da die Fahne eher weit hinten war. Dieses Grün ist sehr gut bewacht von vier Bunkern auf beiden Seiten. Und ja, da habe ich den Part viel zu kurz gelassen. Aber zum Glück mache ich den zweiten Part hinein zum Paar. Das Loch ist das am leichtesten gereitete am Platz. Ich persönlich finde nicht, dass es das leichteste Loch ist, weil das Grün recht schmal ist und wie gesagt sehr gut bewacht ist. Ich finde, dieses Loch ist wahrscheinlich das leichteste am Platz. Ein Paar vier, nicht so lang, dass das Problem oder die Herausforderung hier ist, dass auf der linken Seite eine Pendelty-Aerace die ganze Zeit, um die man herumspielen muss und je nachdem wie weit man schlägt. Hier in diesem Fall habe ich ein Dreierholz geschlagen, dort wo der Pfeil hingeht. Genauso gut kann man auch mit einem Fünf- oder Sechser-Eisen mitten aufs Fairway abschlagen, dann hat man halt ein bisschen einen längeren Eisen zurück. Hier habe ich eine Sandwich ins Grün. Die Sandwich wird so gut getroffen, dass der Ball sogar zu weit pflegt. Da ärgere ich mich darüber, weil es eigentlich ein so guter, schöner Ballkontakt war. Dort geht es am Grün nämlich bergab, dort wo es gelandet ist und bin dann übers Grün oder seitlich weggerollt ins Raff. Jetzt muss ich da hinaufchippen, es geht da leicht bergauf und lasse ihn eine Spur zu kurz. Deswegen habe ich doch einen Pad, aber gut, man hat eine Chance den hinein zu machen, aber der Pad waren gute drei bis vier Meter noch. Ich schaue mir immer den Pad von beiden Seiten an, ich gehe den ab, wie viele Schritte sind das? Ich hatte vorhin glaube ich am Bahn 1 gesagt, 23 Meter, also eigentlich waren es 23 Schritte. Tja, der bricht in letzter Sekunde weg und geht nicht rein, ist aber wirklich ein echter Type-In zum Bogey. Ja, ich nehme das Bogey. Dieses Loch ist eins, das ich normalerweise auf Spar spielen möchte. Aber gut, Bogey muss man halt nehmen. Ja, das ist jetzt ein recht schweres Pad rein, 163 Meter, spielt sich ganz leicht bergauf. Das Grün hat drei verschiedene Ebenen und dieser Baum, den man links sieht, ist genau im Weg. Also man hat einen sehr schmalen Bereich zwischen den Büschen, die auf der rechten Seite sind, einen giftigen Bunker rechts und diesen Baum links, der eigentlich den Weg stört. Und prompt treffe ich den Baum. Zum Glück nur Blattwerk, sodass es den Ball ein wenig gebremst hat, aber nicht abgelenkt hat. Und das war im Endeffekt fast Glück im Unglück, denn der Ball lag pin high. Also wenn das Blattwerk nicht gewesen wäre, wäre ich viel zu weit gewesen. Also Chip da, es geht da hinauf wieder. Tja, und da ärgere ich mich natürlich wieder über mich selber. Den habe ich viel zu kurz gelassen. Ich lasse an dem Tag viel zu viele Punkte bei den Chips. Und ich denke mal, das ist jetzt eine Übungsrunde, es ist niemand hinter mir, lass mich diesen Chip üben. Nein, so auch nicht. Genau, so hätte er gehört. Aber gut, ich spiele jetzt den Ball im Spiel weiter, bin am Vorgrün. Patte von dort Richtung Fahne ist mein dritter Schlag. Ja, und verpasse ganz knapp wieder und es ist wieder ein Tap-in zum Bogie. Muss man hinnehmen. Hier auf diesem Padre ist eigentlich Bogie gar kein so schlechtes Ergebnis, weil das Grün wirklich schwer zu treffen ist. Von dort, hinten vom Tee, eben aufgrund der Schwierigkeit des Baumes und der Büsche links und rechts. Ja, nächstes Padre. 156 Meter, dieses hier geht leicht bergab. Die Fahne war an dem Tag ganz kurz gesteckt. Ich habe mir gedacht, na, die ist jetzt leicht zu treffen, weil da ist der Eingang. Mal sehen, wie das gelingt. Und blöderweise habe ich da einen unbeabsichtigten Draw, Pull, wie auch immer und dachte, ich bin links im Grünbunker. Aber ich bin genau knapp über den Drüber geflogen und landete am Grün, aber auf der völlig falschen Seite des Grüns. Tja, und leider hat hier die Kamera gesponnen und meine Patz wurden nicht aufgenommen. Ich habe drei Patz gebraucht. Da war eine Welle, über die ich drüber musste, habe ich ein wenig falsch eingeschätzt. Der zweite war ganz, ganz knapp, hat wirklich die Lochkante rasiert. Tja, das einzige Parfum auf diesem 9-Loch-Kurs. Hier geht es darum, den Drive einfach geradeaus und vorne am Fairway zu platzieren. Das Fairway fängt erst 150 Meter vom Tee ab, wenn man von hinten von Gelb spielt. In diesem Fall war ich mit dem Schwung nicht ganz zufrieden. Ich machte hier so eine Bewegung, wo ich hatte das Gefühl, dass das ein Wickel-Wackel-Schwung war. Aber im Endeffekt lag der Ball am Fairway gut spielbar. Deswegen nehme ich hier jetzt ein Fünferholz. Die Schwierigkeit hier am zweiten Schlag ist, dass links Wasser und rechts Out of Bounce ist. Und deswegen ist das ein Schlag, den man relativ genau spielen muss. Vor allem, wenn man einen langen spielt. Und da habe ich mein Fünferholz eigentlich ganz gut getroffen. Der Ball geht eine Spur zu weit rechts, aber ganz deutlich im Spiel noch. War kein großes Problem. Lag 80 Meter zur Pfanne. Das ist bei mir eine Dreiviertel-Pitching-Wedge. Ball etwas oberhalb vom Stand. Ja, wie ihr seht, mache ich immer in der Regel zwei Probeschwünge, um mich aufzulockern. Ich hatte eigentlich guten Ballkontakt. Eine Spur zu weit links. Aber nichts Wildes. Liege ganz knapp nicht am Grün. Aber relativ in der Nähe der Pfanne. Tja, geht zwar nicht ganz rein. Aber der nächste geht hinein zum Paar und ein Paar auf diesem Paar 5. Das ist immer ein gutes Ergebnis. Ja, man geht dann hinter der Range vorbei zur achten Bahn. Auf der achten Bahn ist ein kurzes Paar 4 mit einem großen Fairway Bunker genau in Driving Distanz. Und auf der rechten Seite ist eine Penalty Area. Ich nehme hier ein Fünferholz, damit ich den Fairway Bunker aus dem Spiel nehme. Nur blöderweise pushe ich ihn Richtung Penalty Area. Ich dachte zuerst, er bleibt noch davor liegen. Aber es ist abfallend Richtung Penalty Area. In der Penalty Area ist kein Wasser drinnen. Aber die Lagen sind meistens recht schlecht. Ich hatte eine Schlage mit dem Ball wirklich tief unter meinen Füßen. Habe ein Pitching Wedge geschlagen. Nicht ganz bis zum Grün. Aber ich dachte nicht, dass es bis zum Grün gehen wird. Ich wollte ihn nur da raus. Jetzt habe ich einen Chip so ähnlich wie der, den ich verhaut hatte auf der 5. Deswegen denke ich mir, ja nicht zu kurz lassen. Trau dich ruhig, hau drauf. Und dieser gelingt auch etwas besser, auch wenn er immer noch 2 Meter länger hätte werden können. Aber immerhin habe ich hier ein Paar Bad, der durchaus machbar ist. Auch wenn ich ihn nicht mache. Ich meine, die Schwierigkeiten an dem Loch waren schon vorbei. Wieder ein Tab-In zum Bogey. Und das ist so ein bisschen das, was in meinem Handicap-Bereich mir oft passiert. Der Tab-In zum Bogey. Das ist ein sehr häufiges Ergebnis. Ja, und das letzte Loch hier auf diesem Kurs ist quasi für mich das Signature Hole. Optisch ist es auf jeden Fall das Schönste, weil man schlägt von einem erhöhten Tee ab. Das mag ich persönlich sehr gerne. Es ist so ein mittellanges Paar 3. Die Fahne ist relativ weit hinten. Ich schlage hier ein 5er Eisen. Ich habe nicht direkt auf die Fahne, sondern auf den Eingang zwischen den Bunkern gezielt. Aber eine Spur weiter links hätte es ruhig sein dürfen. Aber gut, so liege ich eigentlich auf Pfannenhöhe rechts am Vorgrund schon wieder. Ja, am Vorgrund liegen. Das ist das, was wir Bogey-Spieler halt gerne machen. Offenbar. Und eigentlich die Länge habe ich ganz gut. Aber der Ball bricht ein wenig mehr, als ich gedacht hatte. Aber ich denke mir, na gut, okay. Das ist halt jetzt ein Paar wieder. Der ist durchaus machbar. Den mache ich eigentlich fast immer. Nur nicht heute. Er rasiert die Lochkante. Da ärgere ich mich. Okay, gut. Den Tap-In spare ich mir. Aber komm, mach ihn. Wie hätte er eigentlich gehört? So hätte er gehört? Nein, so nicht. Das ist peinlich. So, jetzt gehe ich nicht weg, bis ich den geschafft habe. Also, komm schon, Hiba. Ja. Aber das nutzt natürlich nichts. Aufgeschrieben habe ich eine 4, war also wieder ein Tap-In-Bogey, wie gesagt. Ja, Golfclub Schwächert. Ein sehr schöner 9-Loch-Platz. Hat durchaus eine Herausforderung. Und wenn man üben möchte, also die Golf-Ringe ist die beste, die ich kenne im Raum Wien persönlich. Da ist meine Score-Karte. Jetzt habt ihr ja, wie der Gehweg ist und wie weit man geht, wenn man die Runde so spielt wie ich. Ja. Wenn ihr mal in Wien in der Gegend seid und das ausprobieren wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Können wir gerne gemeinsam auf eine Runde gehen. Der Golfclub Schwächert zahlt mir zwar nichts dafür, hier Werbung zu machen. Aber ich sage meine ehrliche Meinung, ich spiele es sehr gerne dort. Es ist auch der Platz, wo ich das Golfspielen gelernt habe. Und wahrscheinlich der, den ich am öftesten überhaupt je gespielt habe. Danke, dass ihr mit mir auf der Runde wart. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch viele Birdies oder zumindest Paar's. Zischen zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020